2021 schockierte der Tod von Barbie Kelly die Fans. Mitglieder der Kelly Family machten damals öffentlich, dass ihre Schwester im Alter von 45 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben sei. In diesem Jahr begehen die Kellys den zweiten Todestag von Barbie. Patricia Kelly erinnert mit einem emotionalen Post an ihre Schwester. Die Sängerin teilt dabei ein noch nie gesehenes Foto der beiden. Darauf posieren sie vor einer traumhaften Sonnenuntergangskulisse. Während Barbie in die Kamera strahlt, lächelt Patricia ihre kleine Schwester an. Der Schnappschuss zeigt, wie nah sich die beiden standen, auch die Caption berührt. Ich vermisse dich, kleine Schwester. Ich kann nicht in Worte fassen, was ich fühle. Barbie, die eigentlich Barbara Ann hieß, wurde 1975 geboren und war bis zum Jahr 2000 aktives Mitglied der Kelly Family. In den Jahren vor ihrem Tod war es ruhig um sie, da sie an einer psychischen Erkrankung litt, wie ihre Geschwister öffentlich machten.